Die Arbeitslosigkeit in Europa ist nach wie vor zu hoch, obwohl zwischen 2013 und heute acht Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen wurden und die Beschäftigung sich kontinuierlich nach oben entwickelt. Aber die soziale Ungerechtigkeit bleibt. Deshalb müssen wir den europäischen Grundpfeiler der sozialen Rechte arbeiten. Und wir werden dies auch mit Energie und Enthusiasmus tun. Ich habe immerhin schon erwähnt, dass die soziale Dimension des Europas nicht genug ist. Ich habe immerhin schon für die Mise in der Lage ein Socken des Rechts. Das ist der Moment gekommen, um zu reden und zu reden über die soziale Europas. Es geht darum, um zu defend, oder zu entwickeln, die soziale Europäische Modelle zu entwickeln. Reinforzieren die soziale Dimension unserer Politik ist ein wichtiges Ziel dieser Kommission. Die EU hat und sollte sein, um eine Angein für eine Aufwärtskonferenz. Und es ist wichtig für unsere Bildung, was wir als Gesellschaft wollen. Solidarität ist ein Teil der Europäische DNA. To balance the current realities with aspirations for the future, to combine subsidiarity and solidarity, this is the ambition of the Social Pillar. The Commission's proposal for the Social Pillar is about modernizing the current AQI. It's about supporting upwards convergence through better education, skills and fair working conditions. About guaranteeing a European social model that is fair and sustainable. The Pillar of Social Rights feeds into wider debate about the effectiveness and resilience of Europe's Economic and Monetary Union, for which the framework was outlined in the Five Presidents' Report in June 2015. This will be complemented by the development of a European Pillar of Social Rights, which will modernize and address the gaps in existing social protection legislation, and identify social benchmarks built on national best practices, with a view to upwards convergence. In particular, of course, in the Euro area. We all have the responsibility to prepare the ground for Europe, to remain competitive and social in view of the new dynamics affecting our economies, societies and labour markets. People want peace, freedom and democracy, but they also want security in these times of major change. Not only due to the crisis, but also because of globalisation, digitalisation and even demographic change. We need to offer solutions and give answers, the right answers. Economic policy is social policy. And social policy is economic policy. You cannot disentangle the two and we need action on both at the same time.